Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Nebenquest-Part, oder eher ein Bonus-Part. Bevor wir den letzten Trainer natürlich besiegen, ähm, gehen wir natürlich in den Kesselberg in die Mitte, müssen wir lang. Und da gibt es natürlich diesen, dieses unglaublich seltene Pokémon, das ziemlich geil ist. Das ist aber Level 5 oder so, glaube ich. Ich zeig's euch, ich weiß nicht, ob ihr das Pokémon kennt, ich werd's euch auf jeden Fall erstmal noch nicht verraten. Wir brauchen auf jeden Fall Schutz, dass wir da durchkommen. Ach ja, ähm, ich weiß auch die Pokémon, die wir brauchen für die ganzen Entwicklungssteine, so nennt man die. Also Feuersteine und so weiter. So, wir gehen jetzt mal ganz normal zum Surfer, wir müssen zu dem Mann hin, der Karate-Meister. Ich glaub so ging das, genau, man kann hier nur mit Kaskade hoch und natürlich benutzt wir Kaskade. So, weiter geht's nach oben, dann geht es so entlang, bla bla bla, und dann geht es so hier rein in die Höhle. Dann geht's auf jeden Fall rechts wieder weiter lang. Ich glaub hier entlang, genau. Dann geht es so entlang. Bla bla da 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 da. Aber ich wär ja kein... Ne, warte mal. Rechts, ne? Rechts musst du mal lang. Genau, perfekt. Ich glaub schon, dass es richtig war. Ich weiß nicht mehr, ob es links oder rechts war. Hier war es genau. Ja, es musste so sein. Dann gehst du nochmal hier entlang. Dann geht's weiter nach links. Nee, das war falsch. Ich hab mich vollkommen verirrt. Oder? Wobei. Kann es richtig sein? Ich hab keine Ahnung, Brudis. Ich hab mich sowas von verirrt. Ach, scheiße, bin ich blöd. Ich glaub, ich hab mich echt verirrt, oder? Ich hab richtig. Ich weiß es grad nicht. Ich glaub auch eher nicht. Nee, wobei. Ich glaub, das ist richtig. Ja, es müsste richtig sein. Ich glaub, schau, wenn man da oben kommt, rauskommt, dann müsste es eigentlich richtig sein. Aber wir kommen... Ja, doch. Fluchtzeit braucht man nicht wirklich. Hier geht's weiter, Brudis. Und... Wir sind jetzt wieder oben. Okay. Ist es der richtige Weg, oder nicht? I don't know. Ich hoffe mal, dass es der richtige Weg ist. Ah ja, stimmt. Das ist der richtige Weg. Wir haben einen anderen Weg gemacht, aber der ist eigentlich genauso richtig. So, da muss man hier entlang. Die ganzen Items sind eigentlich scheiße. Deswegen will ich die auch gar nicht sammeln. So, wir haben genug Schutz. Haben wir hier genug. So, hier und weiter geht's. Auf jeden Fall werden wir auch Luki erfangen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Richtung. Oh Gott, war das hier entlang, oder? Ich hab keine Ahnung mehr. So, Brudis. Wo entlang? Keinen Planen. I don't know. Kein Plan. Ich glaub nicht hier entlang, denn... Wobei doch, das ist richtig, oder? Genau hier ist der Meister. Dann red mal mit denen. Hey! Ich bin der Karate-Champ. Ich trainiere hier, allein im Dunkeln. Du! Kämpfe mit mir! Arrgh! So, wir kommen mal nun leider wieder raus. Ich hab keine Ahnung, wie man hier wieder rauskommt. So, das ist der Karate-Meister. Den besiegt mal locker. Das ist kein Problem. Kikli hat der. Der hat auch noch einen Nocchan. Aber die sind nicht unbedingt stark. Kein Problem gegen Antischock. Komm, mach einen Donnerschlag und du bist down. Bam! Du bist tot! Du bist tot! Bist du witzig, ey! So, schön. So, kann einer ein bisschen Genese von meinem Pokémon. Ich glaub nicht, ne? Ähm... Dann holen wir den Spitz-Dettel rein, Brudis. Und zeigen denen, wer der Champ ist. Den, 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 den. Bla, 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 bla! So, okay. Dann mach Erdbeben. Dann müsste das eigentlich down sein. Ich glaub schon. scheiße der kann aber das bringt dir nichts so erdbeben wurde ich weiß nicht wie für das abzieht es könnte aber sehr gut abziehen scheiße mann du was das was soll der scheiß du wichser auch gott ich stelle mir jetzt gerade schon vor die letzte fight auch gott dazu scheiß pokémon also der ist stark ist ziemlich stark also kein keine ihr dürft ihr nicht unterschätzen den letzten trainer ist ziemlich stark so ich wurde besiegt ich bin am boden zerstört ich habe nicht gut genug trainiert eine niederlage ist nun mal eine niederlage das gebe ich zu als beweis für den sieg gebe ich dir dieses seltene kampf pokémon kann es keine weiteren pokémon auch gott auch bis gleich leute ich muss da wieder hin okay ich mache jetzt aber sehr viele leute hier sehr viele sachen aufpimpen auf jeden fall wer brüchte kp plus wird am wenigsten kp der spickzettel am wenigsten so dass der kp plus bekommen so wer braucht carbon das initiative wert wer ist schwach langsam da brauchen wir natürlich der langsamste glaube ich überreste geben auch jemanden nur wen überreste braucht unser stärkstes pokémon das auch am wichtigsten ist er wird kann zum beispiel genesung also braucht er das unbedingt nicht welches packen man wieder am stärksten gegen den ich glaube spickzettel kann ich stein ja perfekt dann nicht sein wird uns nichts helfen weil er hat kein grad hat kein gestein pokémon gestein attacke mehr so verteidigungswert machen wir auf ne auf antischock so die kalzium erhöht den spätsel wert wer braucht den natürlich der level so schön der upgrade eine missiere box der blablabla keine ahnung was bringt weiß es nicht ne wobei das ist das ist eigentlich zum helfe für den porygon porygon findest du auch so selten hier stahlattacken brauchst du nicht eisbeere brauchst du nicht so weg jetzt hoffentlich haben wir jetzt alles die brauchst du alles nicht ap plus ok warum auf jeden fall spickzettels wuchtschlag höher wuchtschlag noch mal höher noch mal wuchtschlag so noch mal wuchtschlag so wuchtschlag braucht dann wirklich sehr viel ok angriff plus brauchst du nicht ich doch doch das brauchst du so ok dann hast du alles heuer heiler brauchst du überhaupt nicht ganz im müll schmeißen perfekt so jetzt holt top beleber so und jetzt bis gleich leute auf jeden fall bis gleich ich zeige es euch jetzt richtig geht doch ey jetzt bin er endlich wieder dort man ich bin ich bin auf dem boden schon blablabla gibts mir das scheiß pokémon ja so ich habe jetzt glaube ich fünf pokémon mitgenommen ne ältere bauts geilomati möchtest du baut seinen spitznamen geben ja boostanel ne ich werde sowieso aus ihnen ein kickli vielleicht machen weiß aber nicht ob wir das benutzen können weil es einfach level fünf ist es nicht stark also das kannst du nix machen damit du es lieber die robust ließen kampf gab es ist ein kampf pokémon es entwickelt sich zu einem stärkeren pokémon aber das hat weiter ich werde auch weiterhin trainieren lebewohl so schützt wirklich mehr das ist scheißegal wir haben ein flucht sein und deswegen flüchten wir so schnell wie möglich hier raus und ich habe mir sehr viele super schütze gekauft wie ihr gerade seht 60 stück oder so so auf jeden fall muss ich jetzt leider wieder karten weil weil ich ein ditto fangen muss und ein pikachu damit wir das donnerstein überhaupt bekommen und dann muss ich es in die zuchthaus da bringen also bis gleich leute ich zeige euch auf jeden fall das zuchthaus dann bis gleich weil wir haben den kämpfen den gar nicht besiegt dann geht gar nicht gegen den gekämpft okay dann machen wir mal auch mal schnell wie viele pokémon hast du dann einen hoch toll super blutzug toll ist tot ich weiß nicht wieso ich den nicht besiegt habe kommt ein stern schau der ist weg so toll boom besiegt lappen so das war's das war's wirklich okay ich versammle udo ich ich verstehe so kippst du also auf jeden fall in dieser route müssen wir einen ditto fangen also bis gleich perfekt den müssen wir natürlich fangen so dann hoffen wir dass wir glück haben und nämlich im meister ball mit dem überball das müsste ich auch klappen so kommen mit dito kommen bitte budi mit der bruder der bruder stabil beim ersten mal also ich muss jetzt noch ein pikachu fangen auf jeden fall bis gleich im jebeine tm die haben auch geholt schauen wir richtig denn das ist ich glaube auch keine starke also walzer ok und jetzt bis gleich so perfekt jetzt müssen wir es auch noch fangen ach gott es dauert schon lang bis man sowas fängt oder bis man sowas bekommt also dass die auftauchen bekommt pikachu ich warte nicht lange bekommen mein team bruder stabil jetzt müssen wir wieder zur kate city und zum zuchthaus gehen wobei ich in der nähe gibt es auch ein zuchthaus aber wir müssen sowieso nach joto also dann gehe ich auch mal dorthin wie die benennen nicht so so jetzt zeige ich auf jeden fall den weg noch mal bis dort ok ich zeige euch den weg nicht mehr ich erspare euch das bis gleich so jetzt müssen wir unsere zwei pokémon holen wir müssen zwei pokémon natürlich rauslegen also bevor wir die holen natürlich machen wir aber auch ist eigentlich scheißegal ich hoffe es stört euch nicht so pokémon ablegen sorry brudis aber zwei müssen leider raus also spektale du und le mani kommen wir brauchen sowieso keine tvms zur zeit ist einfach jetzt nur die pokémon hier reinlegen dass wir die dass ein pichu daraus entsteht und so bald gibt es ein ei davon also ein paar stunden wird dann ein ei davon gelegt blablabla und ja aber gehen wir erstmal jetzt so dorthin da ist ein pokémon schon drin was seid ihr für welche felix hast du dem blablabla aaron ist uninteressant lol welche level sind die jetzt alter ok warte mal dann lege ich die mal kurz ab dass ich die holen kann oder wieder ablegen kann ok ok dann lege ich mal die kurz schnell ab würde denn wenn ich jetzt egal wie ich ablege wobei wenn ich auch gott wenn ich die zwei pokémon nicht abgelenkt hätte naja egal jetzt so wir sind genial oder möchtest du deinen aron sehen ja dann ist groß geworden es ist 28 level gestiegen wenn du den pokémon zurückkommen willst kostet dich das 2.900 jahres wo man uns perfekt ist ein pokémon schon kalt aaron schauen wir mal wieder jetzt welches level der hat wo ist aaron hier level 34 welches was ist denn das für ein pokémon ein onyx oh brauchen wir nicht ok was ist das andere ist glaube ich mürer blau oder sowas ok wir sind genial oder möchtest du deinen felix sehen der felix ist groß geworden es ist um 29 level gestiegen wenn du dein pokémon zurückkommen möchtest kostet dich das 3.000 ok perfekt hier ist dein pokémon komm wieder ich zeig mal das andere pokémon felix ist ja level 35 das ist das ist gut ob spross brauchst du doch gar nicht was das für ein mist da wann habe ich so einen scheiß pokémon da hingelegt erinnere ich mich gar nicht mehr also das ist müsste schon längst 30 monate oder so her sein ok dann tue die mal wieder rein diese braster net die braster net so felix komm du auch rein so jetzt nimmst du die pikachu und so weiter mit so pikachu ditto dann kommt erstmal ein schöner pichu da raus und das brauchen wir auf jeden fall für den donnerstein so ditto komm mit so jetzt legst du die da rein jetzt gibst du dir gibst du ihr das pokémon ich bin die pensionsleiterin soll ich eines deiner pokémon aufziehen ja welches soll ich aufziehen ditto neutrum ist es ok ich kümmere mich um deinen ditto und du spiel dir wieder ab ok ich bin der pensionsleiter soll ich eines deiner pokémon aufziehen ich soll nicht aufziehen pikachu so hier ok ich kümmere mich um deinen pikachu hol ich später wieder ab auf jeden fall mit ditto kann man glaube ich sehr viele pokémon klonen außer natürlich die neutrum pokémons also die legendären sind die meisten neutrums weil man nicht weiß ob die äh ob die ob es davon weibliche oder männliche gibt weil es ja so einmal existiert deswegen ist es der neutrum man weiß ja nicht was was das männlein so ausmacht weil es gibt ja nur eins und deswegen so lemani bruder komm rein so und spickzettel kommst da rein wobei fett joe ist eigentlich auch ziemlich gut aber spickzettel brauchst du einfach so schön der spickzettel dann so jetzt klonen sie dir erstmal und jetzt welche pokémon muss man alles fangen das weiß ich jetzt gerade nicht mehr auswendig schlurp müssen wir fangen ok wo ist ein schlurp ach gott wo ist ein schlurp oh ne select option mach mal ja pokédex ok ditto äh das ist sehr viel zu sehen da dann da dann ja wann kommt jetzt endlich das pokémon brauchen wir auf jeden Fall schlurp ne so jetzt müsste es gleich kommen hier perfekt schlurp so wo war das nochmal ok hier da suchen wir ihn natürlich bis es kommt werde ich es natürlich wieder schneiden ist einfach so so maro goni city auf jeden fall im nächsten part hole ich den dann natürlich ab dort und gehe mal natürlich dann ab zur dann machen wir noch den donnerstein zu ende und machen es natürlich so warte mal wo bin ich jetzt genau ah stimmt es ist in dieser route erst dort ok also ich glaube mal hier oder so wo gibt es überhaupt gras oder sowas wer ist es gerade nicht kann es mir gar nicht vorstellen wo ist hier bitte gras ist doch kein unterwasser pokémon oder warte mal muss man in diese höhle rein was ist wenn ich da rein bin ist er hier drin ich weiß es nicht ne da ist er nicht drin ok dann müsste er irgendwo hier sein ich glaub oh ich glaub vielleicht muss man auf den bäumen hier schütteln kopfnuss kann jemand kopfnuss scheiße keiner kann kopfnuss warte mal welche pokémon konnte von mir kopfnuss ich erinnere mich gar nicht mehr äh schauen wir mal nach wir schauen auf jeden fall jeden seinen status jetzt mal an schnell brauchen auf jeden fall kopfnuss glaube ich der fällt dann runter so okko mitnehmen ne du kannst keinen kopfnuss doch warte mal der konnte vielleicht kopfnuss einfach so schon ne der kann body slam aber okko kannst du kopfnuss nope ich glaub mal felix könnte maestro ne der glaub ich nicht schere an der kopfnuss nope labrador ne aber der kann glaub ich kopfnuss oder skaraborn ne der kann auch keins doch ich weiß nicht ob der das kann ich kann aber eher nicht nope äh boosley aaron vielleicht glaub ich eher nicht nope felix bruder kannst du's kannst du kopfnuss wer kann kopfnuss alter keiner kann kopfnuss fuck you dann bin ich am arsch kann ich schlub nicht retten wer willst du schnupp dann holen warte haben wir noch äh kopfnuss überhaupt die tm noch glaub die haben wir ja vielleicht noch kann sein bitte kopfnuss nope nope haben wir nicht mehr scheiße da können wir die nebenquests gar nicht machen oder warte mal kann keiner kopfnuss von diesen pokémon hier kopfnuss ach gott ich bin ja auch so blöd ich hab glaube ich jemanden kopfnuss ach gott ey scheiße brudis scheiße brudis da kann ich es ja gar nicht machen es geht gar nicht gibt es auch einen anderen fundort für diesen für dieses pokémon ich weiß es nicht es gibt hier kein gras schau mal genau nach pokedex schlub brudi gibt es hier noch einen anderen ort für dich ne gibt es nicht ach gott das sieht man das kann ich jetzt gar nicht fangen das ist ja scheiße da gibt es ein item das will ich holen oh wobei hier ist ja noch da ist ja noch gras ich kann mir vorstellen dass er hier ist ok brudis bis gleich her weg brudis wir müssen auf jeden fall dieses pokémon hier fangen ach gott ich wusste dass er dort ist wir konnten ihn doch fangen wir konnten ihn doch fangen so meisterball brauchen wir nicht hyperball so ein myrapla weiß ich nicht ob ich das hab weiß ich grad nicht in und auswendig welche pokémon man alles braucht ach stampfe ey so das pokémon zu fangen wird eigentlich kein kein zuckerschlecken was das eigentlich für ein typ für ein pokémon so bitte bruder ach stabil geht so das nächste pokémon das schaue ich jetzt mal kurz nach brudis auf jeden fall haben wir das erste schon mal dass es passt ich sag ich nenne ihn einfach jetzt mal nummer eins oder so nummer kann man hier keine zahlen schreiben nummer hä wieso kann ich keine zahlen schreiben wo sind die scheiß zahlen denn number one sag ich dann one ne no boah wie kann ich eins schreiben man warte mal das sieht aus wie no one ja komm nummer eins dann weißt du bescheid so auf jeden fall ich schaue jetzt kurz nach welches das zweite pokémon ist also bis gleich pichu können wir auf jeden fall noch bald holen also bis gleich leute ich merke auch grad dass die editionen sich trotzdem ein bisschen unterscheiden also nicht nur von der reihenfolge her wie man lugia fängt oder wie man huu fängt sondern auch äh dass man andere pokémon zeigen muss auf jeden fall in der pokémon silber edition musste man ein bullpick zeigen aber jetzt muss man ein Volk Volkano Volkano ja Volkano zeigen so wo ist es Volkano ich weiß es nicht in welcher Reihenfolge das war ich glaube es war früher als Schlurp auf jeden Fall zu sehen denn wir brauchen es wir müssen es fangen auf jeden fall habe ich so geplant ähm dass wir Entwicklungssteine in diesem Part machen natürlich außer den Donnerstein und den Wasserstein den Wasserstein und den Donnerstein müssen wir aber leider im nächsten Part zeigen das ist auch verständlich wobei vielleicht schafft man das sogar trotzdem noch weil wenn ich cutte und dann noch ein paar Stunden warte ja ok das machen wir so besser so auf jeden fall Volkano müssen wir jetzt fangen erstmal die ganzen Entwicklungssteine zeige ich euch noch kein Problem äh hier das ist ungefähr in Teak City ok da gehen wir aber dorthin fliegen wir natürlich dorthin aber fangen tun wir es auch genau perfekt ich fange es mit euch aber bis wir das finden es dauert einfach nur so lange und ich will euch nicht nerven damit ok bis gleich wobei ich zeige euch wo man den Fang fangen kann also hier unten müsste es sein genau und jetzt mit Glück fangt ihr ihn so bis gleich ach geht doch so jetzt müssen wir es fangen danach kommt glaube ich ein Myrapla dran danach ein Pikachu und dann ein Sterndu Sterndu müssen wir dann nur noch fangen keine Attacke hier einsetzen natürlich erstmal nur Hyperball einsetzen weil Schwächen können wir leider nicht sonst stirbt er und Hyperball und Hyperball alleine müsste eigentlich reichen um Volkano zu fangen kann sein dass er jetzt manchmal flüchtet aber ich denke das kriegt man hin so perfekt sondern nur noch ein Sterndu Sterndu wo kriegt man sowas das weiß ich nicht nicht ach Gott und es ist von und du aus topfer und vertrauenswürdig es scheut nicht vor starken Gegner zurück Möchtest du zu Fokano und Spitznamen? ne wollen wir nicht so dann fangen wir ein Sterndu so schauen wir mal in Apokalex genau hier nach äh wo bist du Sterndu wo bist du denn Bruder Sterndu wo bist du da da ist er schon wo Sterndu wo findet man sowas hier nicht wo findet man scheiß Sterndu hä wie willst du denn Sterndu fangen Stami findest du vielleicht ein Stami irgendwo hä wie willst du denn Sterndu bekommen da schaue ich lieber mal nach bis gleich Leute auf jeden Fall ah man kriegt Sterndu nur mit angeln und zwar in der verdammten Pokemon Asurier Arena also dort wo Misty ist das ist doch mal was cooles oder so wir sehen uns dann wir gehen mit dem Magnetzug dorthin bis gleich wobei wir könnten jetzt mal nachschauen ob jetzt das Ei schon soweit ist können wir mal schauen wir müssen natürlich ja das ist soweit ok perfekt wenn der Opa da draußen steht dann ist es soweit dass wir ein Ei bekommen und jetzt müssen wir wir müssen einen Platz auf unseren Pokemon Ding machen welches Pokemon brauchst du überhaupt nicht ich glaub wir brauchen Nessie zurzeit nicht sorry Bruder jetzt kann man ein Ei tragen mit uns bis es ausschlüpft dann kriegt man ein Pichu da raus das ist ja das geile so oh du bists wir haben uns um dein Pokemon gekümmert und waren sehr erstaunt dein Pokemon hat ein Ei wir wissen nicht wie es da hingekommen ist dein Pokemon hat es möchtest du es ja Joker erhält das pass gut darauf auf geil bald ist unser Pichu da jetzt müssen wir glaube ich 5000 Schritte oder so mit diesem Pokemon machen bis das Ei ausschlüpft das mache ich natürlich off-screen und wir machen natürlich off-screen gehe ich jetzt zur Asura Pokemon Arena und fange dort ein Sterndu und es wäre es dann dann hätten wir alle Pokemon und dann könnten wir alle Entwicklungssteine bekommen also bis gleich Leute so hier kann man mit der Angel ein Sterndu fangen ok ich weiß aber nicht mit welcher Angel es könnte mit der Super Angel sein schon ich glaub schon mit der Super Angel ja so dann mach oh stabil was ist das für ein Pokemon so angelt man weiß nicht ob ich das euch zeigen soll so aber ich denke mal das dauert fucking nochmal lange es dauert fucking nochmal lange ich zeig's euch lieber off-screen bis wir einen Sterne fangen es ist nichts weiteres als angeln 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 bla 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 bis gleich ich wurde verarscht es gibt es gibt es gibt die ihn auch in der Route 34 wo ist denn das genau Route 34 es ist gar nicht mehr hier ne da müssen wir leider nochmal schnell mit dem Magnetzug zu Joto fahren ach fickt euch Leute ey nicht ihr sondern die Leute die mir so einen Schwachsinn erzählen bis gleich so wir sind in Route 38 gelangt hier sollte man einen Sterndu fischen können oh yeah so komm lieber Ball oh oh was labere ich da ach bin ich blöd Gott ich muss hier erstmal oh erstmal fischen fischen also bis gleich Leute wir fischen einen Sterndu ich hab gehört man kann einen Sterndu nur nachts fangen deswegen werden wir jetzt zusammen die Zeit ändern oh yeah bis gleich Leute so select hinunter und b drücken go so bam oh neustellen ja gib das Passwort ein 1 1 1 1 1 ja was wird falsch was Passwort falsch mich verarschen welches Passwort war es dann bitte kurz welches Passwort alter ja das Passwort ein welches ich kapiere das scheiß nicht welches Passwort muss ich eingeben mein Gott man kann online die Zeit man kann online das Passwort berechnen also wir brauchen nur die Spielernamen die ID und so weiter wo ist die ID hier ID Nummer 14906 und natürlich den Geldstand noch eingeben so 0 0 9 6 8 merkt es euch Freunde ok ja 0 0 nein 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 lass es 9 6 8 perfekt was Passwort falsch es müsste jetzt richtig sein ich verstehe es nicht wie kann man die Zeit noch verändern Alter ich habe keinen Bock jetzt den ganzen Tag zu warten man ich finde ich will jetzt nachts haben mein Gott wir können nur bei unserer Mutter die Zeit umstellen dann gehen wir mal dorthin alter auch Gott ey das ist so scheiße meine Uhr ich bin blöd und zwar richtig blöd ok da ist ja unsere Mutter schon so hi willkommen ich sehe du bedürfst dich sehr ich habe dein Zimmer aufgeräumt ist es wegen deinem Geld nein ist die Sommerzeit vorüber ja ich stelle die Uhr eine Stunde zurück gib immer dein bestes ok jetzt wieviel Uhr ist es jetzt seh ich bitte hier die gescheite Uhr am perfekt das ist ja 5 Uhr frühs das müsste nachts sein oder nein ist es nicht fuck you bitch oh fuck you bitch oh fuck you bitch was würde es bringen wenn ich jetzt meine Uhrzeit jetzt hier im PC ändern würde würde es was bringen ich weiß es nicht Brudis ich probiere es mal aus bis gleich lol das bringt wirklich tatsächlich was lol macht es auf jeden Fall wenn ihr sowas braucht bis gleich wir machen doch weiter zurück bis gleich so Brudis es ist nachts oder? perfekt ach geil jetzt kommt endlich äh Stern du fangen und natürlich auch das E-Stack zeigen genau perfekt Brudis ähm wo war Route 34 nochmal hier genau bei der Pension es wird aber lange dauern bis wir den Stern du fangen also bis gleich Leute wir zeigen euch dann das Easter Egg noch schnell in diesem Part ach geil ey ach geil jetzt müssen wir das nur noch fangen das ist auf jeden Fall ein richtig seltenes Pokémon gewesen ich habe mindestens schon ein paar ok 20 Minuten glaube ich schon gesucht danach das ist jetzt nicht wirklich viel aber es reicht dass wir das Pokémon jetzt fangen sollten oh nein scheiße bitte flüchte nicht oh cool cool kannst du machen ich hoffe jetzt fangen wir das mal schnell Meisterball will ich jetzt für Luke natürlich aufheben nicht für einen Stern du das ist viel zu verschwenderisch also muss ich ehrlich zugeben so komm Bruder ach nein alter verflixt man Genesung ok der kann Genesung das ist ein ziemlich geiles Pokémon aber immer noch genug Pokébälle also Hyperbälle er sollte gefangen werden komm Bruder ach nein man oh shit ey keiner Sorge es wird schon bald gefangen also es dauert jetzt nicht wirklich lang bis ich es fange und Überreste hat er natürlich geil speziell hat die Überreste drauf stimmt ich habe ihm eine Überreste gegeben so jetzt komm lass mich fangen Brudi ach nein man so selten ist es doch das ist sau seltenes Pokémon willst du haben man die Überreste du wirst mich nicht down kriegen Stendo wird mich nicht down kriegen bis dahin ist seine Ackoknarre leer also kann er keine mehr vielleicht trifft er auch nie immer oh stabil man geil oh Marty so ja ich weiß im Eintrags bla 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 Nachts blinkt die Mitte seines Körpers im selben Rhythmus wie das menschliche Herz mitzustellen du einen Spitznamen nie so jetzt können wir alle Pokémon die Entwicklungssteine geben und wir können euch noch das Easter Egg zeigen bis gleich Leute ich zeige euch das Easter Egg so wir müssen jetzt zum Mondberg natürlich und ich zeige es euch natürlich und warte mal wir brauchen auf jeden Fall jetzt ein Fahrrad Angel brauchen wir jetzt gar nicht mehr deswegen selekte ich wieder das hier das Fahrrad dass wir schneller dort hinkommen ist aber schön natürlich speedy ich immer offscreen das ist klar und ich denke mal das ist klar und es gibt noch die Rätsel die wir dann im nächsten Part machen die Entwicklungssteine machen wir in diesem Part ist perfekt Rabouts haben wir auch schon bekommen so Schutz haben wir auch genug so Superschutz benutzen es gibt noch ein glaube ich noch einen Kampf gegen den Rivalen und zwar wenn ihr nochmal zum Pokerliga geht oder? ich weiß nicht ob das Exit hier ist ne ich denke es hier nicht das ist ganz woanders das ist nämlich hier jetzt seht ihr es oh dieses müsste doch hier sein alter oder wann ist denn das bitte Mann tanzen die die schwulen Pipis alter wobei warte mal ich glaube ich weiß eine andere Lösung dafür genau warte mal das war hier glaube ich doch doch hier müsste es sein das müsste doch hier sein alter ja ich weiß aber nicht mehr wie viel Uhr das war um die Uhrzeit das müsste doch hier geben alter ja fick deine Mutter so wie viel Uhr war das nochmal ich weiß es nicht mehr ja wo ist denn der Scheiß leckt mich alter warte ich schau mal kurz nach bis gleich Leute es ist nur montags möglich geil seht ihr das wir tanzen geil so das kannst du zerstören glaub da gibt es ein was schönes drinnen ne geschenk gibt es hier nicht anscheinend oder doch ich weiß nicht ob die jetzt mir ein geschenk gegeben haben ich kann mich gar nicht erinnern daran aber ihr habt es jetzt gesehen oder es geht nur montags deswegen habe ich auf meiner Uhr eine PC Uhr natürlich auf Ding eingestellt auf zwei Tage später das ist cool so kann man die Zeit voll beeinflussen richtig geil oder so auf jeden Fall warten wir bis das Ei geschlüpft ist dann kann ich diese Entwicklungssteine zurückbringen ja wir haben euch alles gezeigt wir müssen jetzt nur noch diese scheiß Entwicklungssteine zurückbringen also eher holen das kann man eigentlich alles dort machen ne also ich warte bis das schlüpft das Ei deswegen laufe ich ein bisschen noch rum oder so aber schlupf haben wir hier auf jeden Fall und hier gibt es kein PC ach Gott da muss ich ja immer huch oh cool das Ei schlüpft sogar perfekt das war kein Zufall das war kein Zufall Leute ich schmerz euch das ist ein Zufall grad oh ein geiles Pichu Pichu schlüpft aus dem Ei lalalalalal Möchtest Pichu einen Spitznamen geben nein so dann tun wir alle Pokémon raus und zeigen ihn natürlich alle nachhinein da bis klar so hier ich tu alle raus alle Pokémon das dauert trotzdem noch lang also der Part ist wirklich lang also deswegen Lugia Fight und die Rätsel von dieses was weiß ich wie das heißt ich weiß es nicht mehr ich weiß echt nicht mehr wie das heißt deswegen ein fettes Sorry an euch Leute alles ablegen hier aber freilegen auf jeden Fall nicht freilassen auf jeden Fall nicht niemals das ist krank die Box ist voll deine Mutter dann nehmen wir mal ein paar drei Pokémon mit die Stern du Ocano Number One so was unnötiger Name so wir haben vier Pokémon schon glaube ich schon mitgenommen Myraplan haben wir doch gar nicht gefangen ich dumm Kopf ich glaube wir Myraplan noch gar nicht gefangen oh Gott ich hab das voll vergessen ein Myraplan müsste man hier auch nicht auffangen können oder Myraplan mal vergessen Och Gott es stimmt ja Myraplan vergessen Wo kann man den fangen bitte Ach Gott dann fangen wir ihn schnell möglich So komm Myraplan Da ist doch Myraplan So hier Ja perfekt das kriegt man sogar in dieser Route wo wir grad sind Ja dann kommt man und holen wir das mal schnell Das ist glaube ich in dieser Route hier oder? Äh wo denn genau Hm Ah hier in dieser Route denke ich mal Ist das perfekt ja ne? Schauen wir mal wenn der Pokkel kommt Ist perfekt Glaub ich Oder? Bis hier ne? Genau perfekt Perfekt So dann bis gleich Leute wir fangen es LOL Worst Wine Okay perfekt Jetzt kann man das schnell fangen Okay Aber das ist aber nicht schwer wirklich Überball ich glaub dann wäre es schon gefangen So komm Bruder Sei ein guter Sei ein gutes Myraplan Ja Oh du Vater holen soll Ach Gott ist das ein Wichser Oh ich bang seine Mama Hahaha Du bist ja witzig du Wichser Hahaha Mir ist sowas von gebankt Schwamm drüber Schwamm drüber Schwamm drüber Blablabla Du Bastard Oh fick dich ey Dieser Wichser dieser Überball Oh ne Lockduff ist scheiße Lockduff ist richtig scheiße Wobei ich glaub Lockduff wenn man Lockduffs im Wald einsetze Dann kommen sauviele Pokémon ne? Kann man damit auch ein Entei fangen? Hm Hm Was ist das ist irgendwie ein Rätsel oder? So wie diese Ostteken Keine Ahnung wie diese heißt Ich weiß nicht wie das heißt Dieser Rätsel Schloss Wo man diese ganzen Hyrophoglyphen äh Machen muss Die machen natürlich auch noch klar Ihr verpiss dich jetzt Hat KB verloren deine Mutter Jetzt kommt Hyperball man Jetzt fang diese scheiß Myraplan an Dieser freche kleine Myraplan Ah Bitte Bruder Ach du Fotze Ach der Pader so überlänge ey Aber ich kann dafür nix ne? Ich will von dir nix Will von dir nix Jede Bitch steht im WC des den du fährst Jede Frau die du fickst glaub gönn ich dir Hauptsache dass du niemals vergisst Myraplan Wer du warst Wer du bleibst Wer du bist Farid Bane So perfekt Dann gehen wir schnell zu Asurias City Und holen das vom PC aus raus So perfekt Okay Was mach ich denn mit Fahrrad Natürlich dort im fahren So schnell wie möglich Dort zu Aria Siuri City Und ich spreche es natürlich falsch aus Ich weiß So Pocket Center auf jeden Fall Jetzt sehr viele Pokémon Alle Pokémon mitnehmen die man braucht Peach ist sowieso schon drin Ich glaube wir brauchen dann nur ein Pokémon So welches Pokémon brauchst du denn? So wir haben eins zwei drei vier Ja eins fehlt noch Eins fehlt noch Das stimmt Da 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 Myrapla Kommt nun vorbei Yeah Baby Wie wir sind der Kid Yeah Baby So das mag alle Pokémon zeigen Die sind fetten Opa Ne der ist cool Er gibt uns Entwicklungssteine Die sind auf jeden Fall sehr wichtig Also die wollen wir natürlich Diesen Mann geben Dass er uns was Schönes gibt Das ist sehr sehr schön So gib uns diese Feuersteine du Wichser Hey Mein Enkel Bill hat mir von einem Pokémon mit einer langen Zunge erzählt Hast du dieses Pokémon? Darf ich es sehen? Du zeigst es mir wie lieb von dir Hier number one Oh das ist schlurp Ist das nicht niedlich? Das ist nicht von dir Danke Das ist ein Zeichen meiner Anerkennung Er hat ewig Stein Ach stabile Schon gesteckt in die Itemtasche So Was willst du noch? Besuche mich bitte wieder Du müsst hier raus und dann wieder rein Denn dann sucht ein anderes Pokémon Oh mein Enkel Oh mein Enkel erwähnte ein rundes grünes Pokémon auf dessen Kopf Blätter wachsen Also dieses Pokémon darf ich es sehen? Du zeigst es mir wie lieb von dir Es ist ein Myrapla Oh das ist Myrapla Ist das nicht niedlich Ist das nicht niedlich? Das ist nett von dir Danke Das ist ein Zeichen meiner Anerkennung Blattstein So steck Blattstein rein Und dann wieder zurück Und dann wieder hoch So Kennst du ein Wasser Pokémon mit einer roten Kugel im Körper? Sieht aus wie ein Stern Ich hörte es taucht nachts auf Ich würde es gerne sehen Hast du dieses Pokémon? Darf ich es sehen? Ja du zeigst es mir wie lieb von dir Stern du Oh das ist Stern du Ist das nicht niedlich? Das ist nett von dir Danke Das ist ein Zeichen meiner Anerkennung Er hält Wasser Stein Okay Ich geh wieder rein Und wieder raus Okay Ah ja andersrum Bill erzählte mir von einem Pokémon Das seinem Trainer gegenüber sehr loyal ist Er scheint ein guter Brüller zu sein Hast du dieses Pokémon? Darf ich es sehen? Du zeigst es mir wie lieb von dir Vokano Oh das ist Vokano Ist das nicht niedlich? Das ist nett von dir Danke Das ist ein Zeichen meiner Anerkennung Das ist ein Zeichen meiner Anerkennung Er hält Feuer Steinbrüller So dann gibt es nur noch ein Pokémon Und das ist Pichu So Kennst du dieses sehr beliebte Pokémon? Das Pokémon mit dem gelben Körper und den runden Wangen Ich würde kenne sehen wie es vor seiner Entwicklung aussieht Hast du dieses Pokémon? Darf ich es sehen? Du zeigst es mir wie lieb von dir Pichu Oh das ist Pichu Ist das nicht niedlich? Das ist nett von dir Danke Das ist ein Zeichen meiner Anerkennung Donnerstein So Jetzt gehen wir nochmal raus und wieder rein Ich weiß nicht ob man da noch was bekommt Danke Dass du mir so viele niedliche Pokémon gezeigt hast Ich habe mich wirklich amussiert Ich bin froh Dass ich das noch erleben durfte So perfekt Dieser Part ist auf jeden Fall beendet Wir haben alles bekommen Und scheiße Wir können nicht zurückfliegen Müssen dorthin Fahren Natürlich Natürlich Müssen wir dorthin fahren Freunde Ach Gott Aber ist ja nicht so wichtig Wir legen diese Pokémon sowieso wieder dorthin Denn wir brauchen sie nicht So Auf jeden Fall gibt es dann noch ein extra Part Ein extra Bonus Part Weil der Part sonst viel zu lang wäre Es gibt dann noch die Rätsel natürlich Und das Lugia Fight Das wird auf jeden Fall auch entsprechend Sehr schwierig Und ein sehr aufwändiger Part Das war hier schon ein echt aufwändiger Part Muss ich ehrlich sagen So Pichu komm rein So du auch Geh du auch rein Kein Okay die Box ist for all Kein Kein Flem Denn ich bin Gold Denn Ich Fenge Deinesis Yeah Baby Ich bin der Shit Den kannst du freilassen Das brauchst du nicht Brauchst du nicht Verpiss dich Du 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 La Val Buda Komm nur rein Ich glaub Ähm anstatt Ich Nessi mitnehmen Wobei Nee Nessi bräuchten wir Speckzettel brauchen wir Adjo Warte mal was kann er denn alles Dann glaub ich auch Adbeben lernen ne Weiß nicht ob ich Speckzettel mitnehmen soll Weiß es nicht Team ist voll Stimmt jetzt müssen wir Pokémon ablegen Rufucano Number One Unmira So Dann gibts nur noch 3 Pokémon die ich mitnehmen muss Ich kann mich echt nicht entscheiden Brudis Auf jeden Fall Urban muss rein Speckzettel oder Fat Joe Wobei Fat Joe kann ja keine Kampfattacke Das ist ja das Problem Aber das würde super gegen passen Wir lassen es einfach so wie es ist Na So das war's mit diesem Part Ich hoffe euch hat er gefallen Weil er ziemlich hilfreich ist für euch Es sind ziemlich gute Nebenquests gewesen Und ja bis zum nächsten Part Haut rein Leute Ciao Bei Pokémon Gold Es gibt nur noch zwei Parts Bodis Auf jeden Fall nur noch zwei Parts glaube ich Bis zum nächsten Part Ciao